Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Und zwar Bomberman, beziehungsweise auf Play-Ray heißt das Bombermania. Ja, wir spielen jetzt also gegeneinander. Das hier sind so Boni. Ich habe jetzt zum Beispiel drei Feuer, das heißt dieses Ding da schießt weiter, die Bomben schießen weiter und er hat eine Bombe mehr. So, und es geht eben darum, ich denke die meisten kennen Bomberman. Es geht darum, ah du Idiot. Es geht darum, wer den anderen eben tötet. Wir machen hier Best of Five, das heißt... Scheiße. Nein, was war ich? Oh, jawohl. Und da habe ich die erste Runde gewonnen. Ja, also wer fünfmal, also dreimal gewonnen hat, ist dann eben der Gesamtsieger. Einmal habe ich jetzt. Ich schreibe ihn auf. Achso, ja. Ja, 1-0. Äh, hallo, Brin. Für mich, ja. Und das ist hier Inox. Ähm, ja. Jetzt geht es auch schon direkt weiter. Die Felder sind... Wir machen aber ohne die Boni, die man sich hier kaufen kann. Ja, genau. Ne, die kann man sich nicht kaufen, die kann man freischalten, glaube ich. Ja, ja, da steht kaufen, aber... Also, man kann sich die wahrscheinlich auch kaufen. Ja, das kann sein. Yes. Ne, wieso kriegst du so ein... Dings? Oh, das ist nicht gut. Boah, das hier ist auch nicht gut. Das kriegst du ja mein... Ah. Das ist ja Wahnsinn. Oh, du hast schon zwei Bomben. Mal sicher. Ja, ja. Äh, ich hab nur eine, shit. Na super. Ähm, so. Nein! Oh, ne, Alter! Ich hab das selbst draufgegangen. Oh, Mann! Toll, direkt. Aha, gut, 1-1. Äh, wir müssen es hier ja spannend machen. Ja, ah ja, klar, ich hab mich jetzt mal gewinnen gelassen hier. Ähm... Sniper, wie kann man bei Bomberman-Sniper sein? Naja. So. Ah, jetzt hab ich das verstanden mit den Boni-Door. Die kosten Coins. Und ich hab zwei Coins gehabt, weil ich mich angemeldet... Äh, also weil ich mich gerade erst registriert hab. Alter, ich hab jetzt zum ersten Mal... Hab ich hier Coins ausgegeben, aus Versehen. Vorhin, bei der Testrunde. Ah, okay. Ah, aber da ist ja nie was. Als ich ja einmal unsichtbar war. Oh. Jetzt wär ich fast in meine eigene Bombe reingelaufen. Ich hab noch gar keinen Boni. Äh, ja. Ja, ich hab grad mal... Ähm... Ist gar nichts. Zwei Bomben, gell? Irgendwie ist hier gar nichts. Ah, da ist die dritte. Ah, jetzt hast du so ein Feuer-Ding bekommen. Ja, damit wären jetzt auch alle Mauern kaputt. Oh, und noch ne Bombe. Toll, ich hab gar nichts. Ich hab nur Feuer. Ah ja, das ist aber gut. Oh, jetzt hätte ich können einsperren. Oh, Mann. Jo, die hat von der Lehn ne Bombe gelebt. Ja, da ist das Ding, das machen die immer. Wenn du da reingehst, dann kommt da ne Bombe. Gut. Ähm, das war jetzt zwar mehr Glück, aber... 2 zu 1 für mich. Ja, das wär jetzt quasi schon bei Schlag den Raab wär das hier jetzt ein, äh... Wie heißt das? Ähm... Matchball-Spiel. Ein Matchball-Spiel wär das. Ich bin aber auch scheiße, geb ich ganz ehrlich zu. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt noch gewinnt. Ja, wir haben das beide jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Also ich hatte das mal eine Zeit lang... Oh, ich hab doppelt. ...eine Zeit lang gespielt auf Playway, aber jetzt schon ewig nicht mehr. Ja, jetzt hab ich natürlich wieder gar keine Boni. Hast du schon was? Ich hab Feuer. Zweimal. Oh, jetzt muss ich gleich gehen. Ja, gleich. Nein, scheiße. Wow. So, na. Ah, shit. Ja, du wärst ja sowieso wieder... Ich hab jetzt frei Feuer. Scheiße. Coole Sache. Ja. Da ist das Ding. Da war jetzt nüchst. Ja, das war... Das war beschwert. Gut. Damit hab ich ein weiteres Mal... ähm... Gewonnen. Bei, ähm... YouTuber vs. Dexar92. Das weiß man... Da gibt's noch eine Revanche irgendwann. Ja, ja, da gibt's auf jeden Fall noch eine Revanche. Das war jetzt noch ein ziemlich kurzes Video, wie das letzte auch. Das nächste wird dann mal wieder etwas länger. Ähm, ja, falls ihr irgendwelche Spielvorschläge habt, was ich spielen könnte, oder wenn ihr irgendwas gegen mich spielen wollt, schreibt mir das per PN, per Kanalkommentar oder sonst irgendwas. Ist mir im Prinzip egal. Hauptsache, ihr schreibt mir eure Vorschläge und dann können wir auch mal zusammen zocken, beziehungsweise eben gegeneinander. Ähm, ja, wir duellieren uns hier noch ein bisschen weiter. Das war's jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.